Noch bevor der Begriff Flüchtlingskrise von den Medien geprägt wurde, begann ich an den Außengrenzen der EU zu recherchieren. In einem Camp an der Grenze warten Tausende auf ihre Chance, nach Europa zu gelangen. Dort treffe ich Paul. Eine Begegnung, die unser beider Leben verändern wird. Das Meer fordert den Tod von über der Hälfte seiner Mitreisenden. Paul überlebt. Das Zittern von Pauls Händen. War es ausschlaggebend für meine Rolle auf seinem weiteren Weg quer durch Europa? Vorläufige Endstation. Ein Asylbewerberheim im tiefsten Brandenburg. Will ich Paul nach allem, was wir zusammen erlebt haben, hier zurücklassen? Da fällt mir jemand ein, den etwas Abwechslung durchaus freuen könnte. Mein Plan geht auf. Viereinhalb Jahre, nachdem er seine Mutter in Kamerun verlassen hat, zieht er bei meinen Eltern ein. Ihr Kind war mit dem,. Vielen Dank.